Willkommen liebe Zuschauer zum T-City Magazin. Fast sechs Autos pro zehn Einwohner gibt es in Deutschland. Das bedeutet statistisch gesehen, auf jeden Deutschen kommt über ein halbes Auto. Das macht insgesamt über 40 Millionen. Das Ergebnis? Volle Straßen, Staus und der alltägliche Verkehrswahnsinn. Das kennen wir. Fahrgemeinschaften wären eine Lösung, das Ganze zu umgehen. Und in organisierter Form gibt's das auch. Der Name? Flink. Wie es funktioniert, das sehen Sie jetzt. Flink heißt die Lösung für beide. Die mobile Mitfahrgelegenheit funktioniert ganz einfach. Gewünschte Fahrroute in Handy angeben und warten. Also die App ist super einfach zu bedienen. Ich habe mein iPhone ja sowieso immer dabei. Die mache ich auf, sage, wo ich hin möchte. Und dann mache ich quasi die App wieder zu. Und wenn jemand auf meiner Strecke unterwegs ist, dann bekomme ich eine Push-Notification, also eine Information, und dann weiß ich, ob ich mitfahren kann. Mir werden automatisch Leute vorgeschlagen, die ungefähr meine gleiche Strecke fahren, und die mich dann abholen. Konkret heißt das, Sylvia stellt ihre Route ein. Meckenbeuren nach Friedrichshafen. Philipp will vom Flughafen an den See. Philipp liegt also auf dem Weg. Die App erkennt das, zeigt Sylvia Philipp Standort und leitet ihn zu Philipp, wenn sie das will. Wenn man hier gerade in Friedrichshafen jetzt die Befahrung der Straße sieht, dann sieht man, dass es doch recht viele Menschen unterwegs sind. Es ist meistens immer nur eine Person im Auto. Wenn mehr Leute in einem Auto sitzen, würden weniger Autos auf der Straße sein und somit weniger Stau. Es ist umweltbewusster, man hat mehr Spaß beim Fahren. Und das Wichtigste, man spart Geld, wenn man einfach die Spritkosten teilen kann. Begonnen hat Flink in Friedrichshafen. Die Tiss City war Modellstadt. Jetzt gibt es Flink für alle in ganz Deutschland. So entstehen Netzwerke. In Unis zum Beispiel funktioniert Flink schon ganz prima. Das Ziel, in zehn Minuten einen Mitflinker finden. Noch nicht ganz erreicht, aber es wird. Vor allem der Weg zur Arbeit. Da versuche ich, meine Fahrten einzustellen und versuche, damit hinzukommen, weil es super einfach ist. Ansonsten vor allem spontan. Ich bin abends auf dem Fest oder bin jetzt hier im Flughafen, bin gerade gelandet und möchte jetzt nach Hause. Und da es meistens günstiger ist als ein Taxi, versuche ich das als erstes. Oft ist es auch günstiger als die öffentlichen Verkehrsmittel. Doch den Preis bestimmt der Fahrer. Zu sehen, alles Vorfahrt eintritt in der App. So wie die Bewertung des Fahrers von anderen und, und, und. Nutzerfreundlich soll die App sein. Das ist den Flink-Machern wichtig. Wir arbeiten sehr eng mit unseren Nutzern zusammen. Also auch unsere Feedback-Systeme auf der App, auf unserer Flink-App oder über die Webseite. Und auch mit Nutzertreffen, die wir haben vor Ort. Dass wir einfach auch wissen, was sie brauchen, was sie wollen. Weil das ist ja ein Produkt, was die Nutzer auch nutzen sollen. Und wenn wir das für uns machen, nützt das nichts. Das heißt, wir holen uns viel Feedback ein und arbeiten auch viel ein, was sie wollen. Philipp und Silvia wollen jetzt auf jeden Fall erstmal nach Hause. Getrennt übrigens, denn soweit geht nämlich noch nicht mal Flink. Das heißt, wir wollen jetzt auf jeden Fall nach Hause.